Ja, das ist das Rettete. Das ist das Rettete. Ich habe nicht genommen rechte Puppen. Im Rettete Puppen. Ja, habe ich. Ich fahre aber noch nicht. Genau, warte, ne. Das ist nur in die Hand dann, genau. Ja, habe ich gepuppt. Ich habe nicht gepuppt. Ich habe nicht gepuppt. Nein, nein, nein. Ups. Ich habe nicht gepuppt. Und vor allem weniger Gas. Ja, ist gut. So, will ich da atmen noch mal? Ah, was? Ja, ich bin mal schon herzulich. Ich habe schon mal Gas weg. Ja, habe ich. Die Mase, die Mase, die Mase. Ging, ging wir oma nachher? Ja, so. Geil, ach so. Ja. Ja. Die Mase, die Mase, die Mase. Die Mase, die Mase, die Mase. Ach, das ist meine nicht. Warum fahren Sie denn jetzt? Ach du liebe Dich, die Oma. Vorsicht, jeder Komm. Der Waren ist einmalig, der fährt ja quasi von alleine. Ich bin auch. Komm, ich mache nie. Ja. Wo bin ich? Der gibt jetzt Gas weg. Ich muss sagen. Eigentlich können wir doch schon fünf Wochen machen. Ja. Mit sich. Schubel doch mal, dass ich mich sehen weiße. Wenn Sie heute noch eine neue Brille. Die Zähne habe ich gemacht. Ja. Aber dann hatte ich ja nicht. War noch nix. Wir sind nicht Rauchwaren, ne? Wir sind nicht Rauchwaren. Da krieg ich mal. Markus, Sie machen mal mit. Markus. Was, Mario? Ach, Sie heißen Mario. Na mal. Der Hund darf da aber nicht hinpinkeln. Das ist er, ne? Dann schreibe ich wieder drüber. Haben Sie? Ihr Hund, der ist am hinpinkeln. Ja. Der Hund ist am hinpinkeln. Ich habe einen Zeugen. Das ist der Markus. Sie sind Wittwald. Ja. Sie sind Oberwittwald. Ich habe Sie auch gesehen. Ich habe Sie auch gesehen. Ich habe den Hund, wie der da hingepickelt hat. Das sieht nicht. Ich mache auf die Schule. Ich mache auf die Schule. Nein. Ich mache auf die Schule. Warum? Was sagten Sie? Ich verstehe nicht. Ich habe Sie nicht verstehe, was ich gesagt habe. Sie sind nicht immer am Reinkleifen. Ja. Das kann ich nicht haben. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Lassen Sie bitte umtreten Sie nicht selber. Ich meine, ich mache sie jetzt auch. Das schreibt ja jetzt. Die fahren mir die ganze Zeit ein. Das ist doch eine vollkommen ungewöhnliche Situation. Ja. Ich habe Sie vorbewerben. Ich habe Sie vorbewerben. Ich habe Sie vorbewerben. Ich habe Sie vorbewerben. Nicht einfach. Vorsicht. Ich habe ich vorbewerben. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Das ist ja besser. Ja. Dann muss die durch. Ja. Ich habe ich lieber. Ich habe die Super-Eiskarte. Ja. Ja. Aber dann... Na ich will denn. Man darf nehmen. Ich muss auch nicht ohne. Nee, nee, nee. Denn die Schweinverkehrstechnik nicht À mehr auf. Und wo ist denn vorher weg? Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, gerade so. Ich weiß nicht. Ich bin nicht gerade so. Ich habe übernach. Ich kann aber auch übernacheln. Wenn sie mir immer am Reinfasst sind. Markus. Immer wieder am Reinfasst. Wir machen sie nicht mehr. Anbremst. Vario.